In diesem Video zeige ich dir, wie du Ablefy mit dem Produkttyp Digitales Produkt rein für die Zahlungsabwicklung nutzen kannst. Du brauchst nur eine Bezahlseite und die Zahlungsabwicklung, denn dein Produkt ist woanders gehostet, beziehungsweise es handelt sich nicht um ein Online-Produkt? Dann brauchst du dafür eine gut konvertierende Bezahlseite mit den Zahlungsarten und der Zahlungsabwicklung und Conversion-Tools und Upsell-Möglichkeiten, die Kaufbestätigungs-E-Mail mit der Rechnung mit korrekter Steuerberechnung für EU- und Drittländer und gegebenenfalls eine Anbindung an dein externes Tool, bei dem dein Online-Produkt gehostet wird und der Zugang je nach Zahlungsstatus gegeben oder entzogen werden soll. Dafür bieten wir den Produkttyp Digitales Produkt. Hier ein paar Beispiele für das digitale Produkt. Dienstleistung, beispielsweise Webseitenwartung, Coaching, Webinar, physisches Buch, extern gehostete Produkte wie Community, Online-Kurs, Mitgliederbereich, extern gehostete Inhalte hinter einer Bezahlschranke, Digitales Produkt erstellen. Gehe zu Produkte, Alle Produkte und klicke oben rechts auf Produkt erstellen. Wähle Digitales Produkt aus. Fülle den Produktnamen aus. Dieser ist die Basis für die URL deiner Bezahlseite. Hinterlege eine gut verkaufende Produktbeschreibung. Diese kannst du bei Bedarf später noch anpassen. Lade rechts das Produktcover hoch. Klicke unten rechts auf Weiter. Zahlungsplan erstellen. Nimm die Einstellungen für den Preis vor. Diese werden im sogenannten Zahlungsplan gespeichert. Wähle den Zahlungstyp aus und hinterlege den Preis. Entscheide, welche Zahlungsarten auf der Bezahlseite erscheinen sollen. Sofern keine Zahlungsarten auswählbar sind, prüfe bitte, ob dein Konto im Reseller-Modell schon aktiviert ist bzw. wenn du im eigenen Namen verkaufst, ob du bereits einen Zahlungsanbieter ausgewählt hast und die Legitimierung erfolgt ist. Mehr zu Zahlungsarten und Zahlungsanbietern findest du in unserem Hilfebereich. Fortgeschrittene Einstellungen. Möchtest du bereits bei der Produkterstellung weitere Einstellungen des Zahlungsplans nutzen, klicke auf Fortgeschrittene Einstellungen. Die Änderungen kannst du auch noch nach der Produkterstellung vornehmen. Hast du bereits einen Zahlungsplan vorab erstellt, den du hier nutzen möchtest, kannst du diesen über Plan auswählen auswählen. Wichtig! Ist dieser Zahlungsplan bereits bei anderen Produkten hinterlegt und du änderst Einstellungen wie den Preis, gilt die Änderung auch für die anderen Produkte. Hast du alles fertig eingestellt, klicke unten rechts auf Speichern und dann auf Mein Produkt erstellen. Bevor du es veröffentlichst, möchtest du gegebenenfalls noch weitere individuelle Einstellungen vornehmen. Dazu findest du hier den Direkteinstieg. Als nächstes gehe ich zum Punkt Auslieferung, um die Kaufbestätigungs-E-Mail zu bearbeiten. Gerade beim Produkttyp Digitales Produkt ist eine gute Kaufbestätigungs-E-Mail wichtig, damit klar ist, wie es nach dem Kauf weitergeht. Scrolle zum Punkt Bestätigungs-E-Mail nach Kaufabschluss und wähle eigene E-Mail erstellen. Passe den Text für deutsche und englische E-Mails an. Die Parameter wie First Name oder Amount werden dann bei der Auslieferung mit den korrekten Daten befüllt. In dem Hilfeartikel dazu findest du weitere Informationen zu Parametern und Buttons. Speichere die Änderung. Das fertige Produkt veröffentlichen Hast du alle Einstellungen vorgenommen, klicke oben rechts auf Veröffentlichen, damit du mit dem Verkauf oder deinem Testkauf starten kannst. Jetzt kannst du dir die Produkt- und Bezahlseite ansehen. Gehe im Produkt auf den Tab Seiten und klicke dann auf das Bild Produktseite. Hier siehst du die Produktseite und gelangst über den Button Weiter zur Kasse auf die Bezahlseite. Dies war eine erste Einführung in die Produkterstellung. Wie du weitere Einstellungen vornehmen kannst, beispielsweise Conversion-Tools, Upsells oder das Design deiner Bezahlseite verändern kannst, findest du in unserem Hilfe-Bereich. Zum Abschluss ein paar Hinweise zur automatischen Auslieferung extern gehosteter Produkte. Prüfe, welche Möglichkeiten die von dir genutzte Plattform bietet, wie Webhooks, die API oder Zapier. Darüber kannst du dein Produkt automatisch nach der Zahlung ausliefern lassen oder den Zugang bei Ausbleiben der Zahlung blockieren. Mehr dazu findest du in weiteren Anleitungen in unserem Hilfe-Bereich. Du bist mit deinem Online-Business noch nicht bei uns? Dann registriere dich als Anbieter unter ablefy.io und teste alle Funktionen 14 Tage kostenlos. EINF-Business noch nicht bei uns? Institutisch auch nicht bei uns. Schleifern, es geht wieder.